Ja hallo, ich bin Daniel Orth von Tonodumping. Wir machen heute wieder mal ein Unboxing-Video und vorstellen werden wir heute die Nikon Coolpix Digitalkamera. Und zwar ein Coolpix-Kit, also ein Set, bestehend aus einer Kamera, einer Tasche und einer SD-Karte. Und wir packen es einfach mal aus. Wie versprochen, eine Kamera, eine Pappe und der Rest muss in der Packung sein. Hier sehen wir noch eine Telefonnummer. Kann man sich gerne einprägen, sollte es ein Problem geben. Kann man da anrufen. Das ist eine schöne Tasche. Wir haben hier ein bisschen Füllmaterial und einen schönen Verschluss, der magnetisch ist. Eine schicke Sache. Mit einem schönen, wo man das verwenden kann, wahrscheinlich kann man das in den Gürtel reinmachen, genau. Dann kann man das schön aufbewahren. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das auszupacken geht. Wir haben hier gleich einmal eine 4-Gigabyte-Karte und zwar Klasse 4. Das ist für HD-Ready-Videos durchaus geeignet. Hier in einer praktischen Plastikverpackung kann man also gut aufbewahren. drinnen ist eine sehr schön gemachte quadratische Anleitung. Quadratisches kommt jetzt immer ein bisschen entgegen. Unser Logo ist auch quadratisch. Das passt gut. Dann haben wir dabei einen schönen Garantie-Schein. Dann ist dabei eine CD für Windows und Macintosh. Und zwar geht es hier um ein Bild-Management-Programm. Dann kann man sich ein paar Bilder sortieren. Schöne Sache an der Kamera ist, Sie kennen das Problem vielleicht, man hat eine Kamera und das so zu passende Ladegerät. Dann kauft man eine neue Kamera, hat noch ein Ladegerät. In seinem Leben hatte man wahrscheinlich schon fünf Digitalkameras, fünf Ladegeräte. Hier nicht. Hier passen einfach zwei Batterien rein. Wer schlau ist, nutzt gleich normale Akkus. Hier im Lieferumfang befinden sich zwei nicht wiederaufladbare Batterien. Vielleicht kennt Ihr das aus dem Urlaub Ladegerät nicht dabei vergessen. Einfach in das nächste Geschäft zwei Batterien gekauft und es kann losgehen. Genauso ist es hier auch. Man kann sofort loslegen. Das ist das Schöne an der Kamera. Wir haben noch ein USB-Tabel. Dann haben wir so eine Art Kordel, eine Schnur für die Kamera und eine Schlaufe, damit man das schön sicher in der Hand halten kann. Das packen wir auch gleich mal aus. Und natürlich die Kamera selbst. So, machen wir dann das Kordel dran. Wo muss es ran? Wo muss es ran? Hier wird es durchgemacht. Wir nehmen hier einfach mal das hier so durch. So, einmal drum rumgezogen und die Kamera hält sicher in der Hand. Es kann nichts wegrutschen. Als nächstes machen wir die Batterien rein. Immer darauf achten. Hier drinnen ist es erklärt, wie herum sie gehören. Plus, Minus. In diesem Fall. Plus ist immer das mit dem Knubbel. Wenn wir das schon offen haben, machen wir auch gleich die SD-Karte mit rein. Deckel zu, fertig. Jetzt geht es los. Wir suchen uns eine Sprache aus. Ich entscheide mich für Deutsch. Wir können jetzt die Zeitzone definieren. Ich entscheide mich für Mitteleuropa. Tag, Monat, Jahr. Und jetzt wird die Uhrzeit eingestellt und das Datum. Wir haben heute den 17. 10.01.2014. Und die Uhrzeit 11.28. Jetzt gleich. Okay. Okay. Noch bestätigen mit Ja. So und jetzt reicht ein Knopf auf das grüne Symbol und wir können sofort loslegen. Und ich kann gleich mal meine Kollegen fotografieren, der den Friedbeer Bär jetzt fotografiert. So sieht es aus, wenn man jemanden fotografiert, der einen filmt. Und dann kann man auch hier über die, ich habe hier umgeschaltet auf den Abspielmodus. Wir können gleich ein bisschen reinzoomen. Und können ein kleines Detail vergrößern in der Ansicht. Ich hatte das gestern schon, gestern Abend wir haben probiert die Kamera mit meinen Kindern. Wir hatten das Experiment gemacht. Die Kinder stehen auf dem Stuhl und hüpfen runter auf drei. Und wir haben dann fotografiert. Und das Bild war genau so, dass die Kinder dann in der Luft schwebten. Also es ist eine sehr kurze Auslöserverzögerung. 16 Megapixel hat die Kamera. Das Objektiv ist sehr gut. Es hat einen Zoom. Der ist fünffach optisch. Und es ist eine Kamera, die überall reinpasst. Sehr leicht ist. Sehr robust verarbeitet. Eine echte Empfehlung.